Wie lange dauert ein Quickie? Ein Quickie? Wie lange dauert ein Quickie? Ich kenne ein Nest-Quick. Wie lange dauert das so ein Kakao anzurühren? Mit welchem Körperteil? 30 Sekunden mit welchem Körperteil. Ich weiß nicht, wie du deinen Kakao anrührst. Wie jeder denkende Mensch. Du nimmst eine besonders tiefe Tasse, hängst ihn rein, machst Musik an. Oh, Coco, Jumbo. Und dann? Das heißt, du bist gepierst. Bitte was? Mit Metall rührt man ja am besten. Ich bin nicht gepierst, aber ich bin ein Fan von Pierce Brosnan. Wenn das hilft. Das legen wir vor. Ist ein Scheißdreck? Okay. So lange wie ein Kakao dauert. 30 Sekunden. 30 Sekunden? Ja, aber ich will mich da jetzt auch nicht versteifen. Hm.